In dieser Woche habe ich es endlich mal ins 18. Jahrhundert geschafft. Ich bin mir gerade gar nicht mal ganz sicher, ob es das erste Mal ist, könnte aber sein. Es ist ja eigentlich eins meiner Lieblingsjahrhunderte. Wobei, naja, das sage ich auch über mehrere, ist vielleicht nicht so ernst zu nehmen. Es gibt einfach so viele spannende Epochen, aber das 1800 gehört auf jeden Fall zu meinen Gesamtlieblingsepochen. Das kann man doch wohl schon mal sagen. Das bringt jetzt aber mit sich, dass die Sprache, die ihr gleich aus dem Zeitungsartikel, den ich mitgebracht habe, hören werdet, natürlich noch ein bisschen weiter entfernt ist von unserer Alltagssprache heute, als wir das zum Beispiel für das 19. Jahrhundert gewohnt sind. Seht es mir also nach, da kann ich jetzt nichts für. Ich habe das einfach so vorgelesen, wie es da steht. Wenn ihr das als sehr störend empfindet, könntet ihr mir mal Bescheid sagen. Dann könnte ich solche Artikel natürlich auch ein bisschen modernisieren sprachlich. Ich persönlich mag aber eigentlich die 1 zu 1 Wiedergabe ein bisschen lieber, weil dann bekommt man ja auch irgendwie ein anderes Gefühl für die Zeit. Aber letzten Endes geht es ja hier dann nicht primär um meine Unterhaltung, sondern auch um eure. Und von daher, wenn es euch zu schwer fällt, dem dann zu folgen, dann sagt mir einfach Bescheid. Ich kann das nicht so gut einschätzen, weil ich selber schon wirklich, ja, natürlich viel aus dem 1800 und so weiter gelesen habe. Man gewöhnt sich dann ja da dran. Und dann, ja, fällt es mir ein bisschen schwer einzuschätzen, wie schwierig das nun zu verstehen ist oder wie schwer dem zu folgen ist, wenn man das nicht so gewöhnt ist. Also verstehen tut ihr das auf jeden Fall. Das ist keine Frage. Es ist nur, die Frage ist mehr, wie anstrengend das Ganze ist, ob es, ja, einfach zu störend ist. Könnt ihr ja mal Feedback geben für die Zukunft. Und ansonsten erstmal viel Spaß mit der folgenden Nachricht. Aus Schlesien. Ja, blunkert den 16. März. Die berüchtigte Blutsauger oder sogenannte Vampyrs haben lange nichts von sich hören lassen. Nun, Mero, aber kann man aus hiesiger Gegend folgende zuverlässige Nachricht davon erteilen. Schon vor zweieinhalb Jahren verstarb zu Hermsdorf, oberhalb Tropau, eine Weibsperson, welche man in ihrem Leben die Tiroler Doktorin genannt. Diese Weibsperson kurierte auf dem Land herum und konnte dabei allerhand vermeintliche Zauberkünste vorstellen. Man sagt, sie habe vor ihrem Absterben ihrem Manne aufgetragen, nach ihrem Tod ihr den Kopf abzuhauen und sie nicht auf den katholischen Gottesacker begraben zu lassen. Inmittels hat sich bald nach ihrem Absterben allerhand geäußert, davon man überzeugt worden, sie sei eine Vampyre gewesen. Wieder nach und nach in dem Dorf Hermsdorf viele Personen gestorben, von denen man glaubte, dass sie von Blutsäugern zu Tod gequälet wurden. Da dieses Übel weiterging und mehrere Personen sturben, auch dabei verharreten, dass die Vampyrs ihren Tod verursachten, so wurde allerhöchst verordnet, eine Untersuchung gerichtlich anzustellen, die dahin ausfiel, dass man die als Blutsauger in Verdacht geratene Person, diesem allerhöchsten obrigkeitlichen Befehl zufolge, ausgraben sollte und wurden an der Zahl 30 ausgegraben. Zehn davon wurden unschuldig befunden und wieder verscharret. Bei 19 erwachsenen Personen aber und einem Kind wurde noch Blut gefunden, unerachtet die Leichname ein Jahr, auch etliche zwei Jahre und darüber bereits in der Erde gelegen hatten. Diesen wurden als Vampyrs erstlich die Köpfe abgehauen, das Herz durchstochen und so dann die Körper zu Aschen verbrannt. Diese Exekution ist auf kaiserlichen Befehl vor sechs Wochen in dem Dorfe Hermsdorf geschehen, wozu Knechte und Scharfrichter von Tropau, Jägerndorf, Teschen und den umliegenden Orten zugezogen wurden. Ja, da haben wir natürlich wieder mal eine spannende Nachricht, wie ich finde. Sie stammt ja aus dem Jahr 1755. Das ist eine Zeit, in der das Thema Vampirismus in Zentraleuropa, sage ich jetzt mal, eigentlich schon ein alter Hut ist. Die ersten Nachrichten, die da wirklich größeres Aufsehen erregt haben in Mitteleuropa, waren mehr so Anfang der 20er Jahre, 1720er und dann auch in den 30er Jahren. Und die Meinung dazu ist dann eigentlich, soweit ich das überblicke, jedenfalls relativ schnell, relativ kritisch geworden. So eine kleine Vampirhysterie in Anführungsstrichen hat es da aber tatsächlich am Anfang gegeben. Ich empfehle, wenn euch das näher interessiert, schaut euch die düstere Plauschschichten-Folge zum Thema Vampire an. Da haben wir das, glaube ich, ein bisschen genauer besprochen. Da möchte ich nicht hier jetzt wiederholen, das wäre auch zu viel. Aber was natürlich an unserer Nachricht besonders interessant ist, ist erstmal, dass wir es mit einer Frau zu tun haben, die hier als, sagen wir mal, Auslöser des Ganzen, als Vampir betitelt worden ist. Und zwar zumindest laut diesem Artikel. Wir haben ja schon öfter gesagt, Quellenkritik können wir jetzt hier in dem Umfang, wie man es normalerweise machen würde, natürlich nicht machen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es hat ja mehr einblickgebenden Charakter als analytischen Charakter, was wir hier machen. Gehen wir also erstmal davon aus, dass das so wiedergegeben ist, wie es war. Diese Frau hat also scheinbar sich selber schon im Vorfeld als Vampir angekündigt. Ihr Mann gegenüber hat also ihrem Mann, bevor sie starb, darum gebeten, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Sowas kann natürlich auch immer mal leicht nachgerede sein, sage ich mal. Also ob das jetzt wirklich so gewesen ist, können wir nicht mehr eruieren, das ist klar. Aber es ist doch ein interessantes Motiv. Also die Frau, als sie noch lebte, hat schon Bescheid gesagt, in Anführungsstrichen, dass man vorsichtig mit ihr umgehen muss. Was noch spannend ist, ist die Beschreibung eigentlich dieser Frau. Sie wurde die Tiroler Doktorin genannt. Das heißt, es kann relativ sicher davon ausgegangen werden, dass sie wahrscheinlich ursprünglich aus Tirol stammte oder zumindest bevor sie dort in der Gegend gelebt hat, längere Zeit in Tirol gewesen ist. Denn diese Beinamen sind in der Zeit eigentlich schon relativ verlässlich. Man sieht das auch zum Beispiel an Steckbriefen, in denen Verbrecher gesucht werden. Das ist jetzt für diese frühe Zeit 18. Jahrhundert noch nicht so umfangreich überliefert. Aber da haben wir dann eine ganze Menge, vor allem aus dem 19. Jahrhundert von. Also aus dem 18. auch. Aber je weiter wir nach vorne kommen in der Zeit, desto mehr wird das. Und wenn man sich die anschaut, sieht man auch, dass diese Herkunftsbeschreibungen eine größere Rolle spielen. Kann man sich leicht vorstellen. In der Zeit gab es keine Ausweisdokumente in dem Sinne. Und das, was es gab an Dokumenten, war relativ leicht zu fälschen. Ja, und dann hat man natürlich tatsächlich einfach das Äußere der Menschen in solchen Steckbriefen beschrieben. Und aber auch häufig deren Mundart. Also die Angabe aus, was weiß ich, mit rheinischer Mundart zum Beispiel. Denn das ist was, was man sich ja nur schwer abtrainieren kann. Und dementsprechend was zur Identifizierung ganz gut beitragen kann. Und solche Herkunftsbeschreibungen im Alltagssprachgebrauch haben sich, ja, irgendwie haben die eine gewisse Haftkraft, ist mein Eindruck. Das heißt, wenn da irgendjemand aus einer anderen Gegend kam, dann war das gar nicht selten, dass der sozusagen so einen kleinen Beinnahmen entsprechend bekam, der auf diese Gegend hinwies. Und das ist aus meiner Sicht relativ verlässlich. Das Zweite, was diese Geschichte für mich spannend gemacht hat, ist der Hinweis ihrer Tätigkeit. Es schwingt ja in dem Spitznamen Tiroler Doktorin schon mit. Sie ist also scheinbar, ja, im Heilungsbereich, sage ich mal, tätig gewesen. Und es ist auch der Verweis da, sie zog auf dem Land umher. Sie kurierte umher. Kurieren ist da ein zeittypischer Ausdruck für. Und das ist deshalb spannend, weil man sich klar machen muss, zu dieser Zeit hat eigentlich auf dem Land so gut wie keine wirkliche, es hat eigentlich keine richtige Infrastruktur für, ja, Gesundheitsdienstleistungen, sage ich mal, gegeben. Niedergelassene Ärzte, wie wir sie heute kennen, gab es in diesem Sinne nicht. Es gab natürlich an der Universität Mediziner, die zu dieser Zeit in der Regel eigentlich noch voll und ganz der Vier-Säfte-Lehre verschrieben waren. Das heißt, die Vorstellung, dass es vier Säfte im menschlichen Körper gibt und wenn die aus dem Gleichgewicht geraten, dass dann Krankheiten auftreten. Und je nachdem, welche Krankheiten auftreten, kann man dann eben ablesen, welche Säfte wie aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und je nachdem, was man da jetzt an diesen vier Säften stärken oder schwächen wieder muss, um das Gleichgewicht herzustellen, werden dann eben verschiedene Therapien dargeboten. In der Regel größtenteils Diätpläne, in Anführungsstrichen, also Ernährungsumstellungen, aber natürlich auch sowas wie der berühmte Adalas. Das ist eigentlich etwas, was bis ins 19. Jahrhundert hinein praktiziert wurde. Später hat man dann natürlich festgestellt, dass das irgendwie alles nicht so richtig effektiv ist bei den meisten Sachen. Und die Medizin hat sich dann im 19. Jahrhundert ganz stark fortentwickelt. Das ist auch im 1800 schon langsam losgegangen, aber wie gesagt so richtig Haftung und so hat das dann wirklich erst im 1900 genommen. Die Frau füllt also eine Lücke aus mit ihrer Tätigkeit und sie ist umhergezogen. Es ist nicht gesagt, in welchem Maße. Das kann nämlich tatsächlich auch wirklich ein weitschweifendes Umherziehen gewesen sein. Es kann aber auch ein eher lokaleres Umherziehen gewesen sein. Hätte mich sehr interessiert, wenn dazu was gesagt worden wäre, denn ich habe mich mal sehr intensiv mit oder relativ intensiv mit ambulanten Gewerben im 18. Jahrhundert beschäftigt. Also allerlei umherziehenden Tätigkeiten, so Gesundheitsdienstleister waren da ja nicht das Einzige. Auch Kleinhändler, sowieso Bettler, gut das ist jetzt vielleicht in dem Sinne kein Gewerbe, umherziehende Handwerker. Da war wirklich allerhand los auf den Landstraßen der Zeit, sage ich mal. Das 18. Jahrhundert ist ja geradezu bekannt für seine Bettler-Epidemien in Anführungsstrichen. Also man kann schon so sehen, wenn in bestimmten Regionen krisenhafte Zustände verstärkt auftreten, seien es Schlechternten, Kriege, was auch immer, dann dürfte das relativ schnell Durchschlag auf die Population derjenigen gehabt haben, die dann gezwungen sind, umherzuziehen und sich mit Gelegenheitsarbeiten bzw. Betteln am Leben zu erhalten. Es gab ja keine sozialen Absicherungssysteme im heutigen Sinne. Also das ging ganz schnell, da musste nur mal sich der Falsche zur falschen Zeit ein Bein brechen und schon war im schlimmsten Fall die ganze Familie obdachlos. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also wenn man da in den Quellen, zum Beispiel in Verhörprotokollen, die entsprechenden Geschichten hört, da wird einem ganz übel. Und das Grundproblem daran war dann eigentlich, dass das Umherziehen und auch das Betteln vor allem im Grunde in allen Territorien illegal war zu der Zeit. Das heißt, man hatte eigentlich keine andere Chance, als sich mit Betteln zu ernähren, dann unter bestimmten Bedingungen. Natürlich auch alte, kranke, verletzte, invalide Soldaten, Witwin, halt die Schwächsten der Gesellschaft. Und das hat man dann entsprechend gemacht, statt zu verhungern, ist ja klar. Dabei wurde man dann in der Regel irgendwann mal aufgegriffen und zum Beispiel mit einem Brandmal versehen und des Landes, also des Territoriums verwiesen. Und das ist dann natürlich ein Teufelskreis. Dann ist man im nächsten Territorium, dort wird man wieder aufgegriffen, wieder verwiesen. Die wollen einen auch nicht haben und so geht es dann immer weiter. Wirklich furchtbare Schicksale, muss man sagen. Ja, wie sehr jetzt unsere Protagonistin hier in diesem Kreislauf drin war, ist schwer zu sagen. Ich habe von der Zeitungsmeldung schon eher den Eindruck, dass sie da in ihrem, in dem genannten Dorf vermutlich doch halbwegs verankert war. Also keine volle Vagabundin in Anführungsstrichen war, sondern so etwas wie eine Teilzeit Vagabundin, sage ich mal. Das heißt vermutlich, ich würde vermuten eher in einem kleineren regionalen Kreis um ihren Heimatort herum, dann wahrscheinlich übers Land gezogen ist zu Tagestouren und entsprechend ihre Dienste angeboten hat. Leider wird nicht beschrieben, wie genau die Dienste dann im Detail aussahen. Das wäre natürlich auch noch interessant gewesen. Da gab es die unterschiedlichsten Sachen. Ich denke, viele kennen die Bader-Chirurgen, also Leute, die ja eigentlich wie Handwerker sozusagen ausgerüstet sind und dann bestimmte Maßnahmen vollziehen, die leider zum Teil unumgänglich sind. Das mit dem Kurieren verweist aber gerne eher auf den Medizinbereich bzw. den Arzneibereich, also die Bereitstellung vielleicht von Medikamenten vermutlich selbstgemacht oder ziemlich sicher selbstgemachte Medikamente. Gegebenenfalls auch andere Techniken, ja, ihr merkt hier werde ich jetzt schwammig, einfach weil es da nicht drin steht. Das hätte man sich natürlich gewünscht. Diese Leute, die da übers Land gezogen sind und dann für viele eben der einzige greifbare Anlaufpunkt für Medizin oder Arznei gewesen sind, die werden manchmal so als eigentlich die Kompetenteren im Gegensatz zu den Universitätsärzten mit ihrer Vier-Säfte-Lehre dargestellt. Das ist so aber auch nicht ganz richtig. Also auch da war die Vier-Säfte-Lehre bekannt und zum Teil Grundlage des Ganzen. Zum Teil wurden aus heutiger Sicht wirklich abenteuerliche Medizinen zusammengerührt und Gesundheitstipps gegeben. Ein prägnantes Beispiel wäre zum Beispiel, sich in einer Grube mit, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube Pferdekot einzubuddeln für ein paar Stunden. Ich weiß nicht mehr, gegen was das helfen sollte, aber das habe ich mal in irgendeiner Quelle gelesen. Da stehen uns natürlich heutzutage auch die Haare zu Berge. Also sich eine Stunde lang in Tierdungen zu begeben, ist, würde ich mal sagen, schon sehr grenzwertig bis lebensgefährlich zum Teil. Vor allem, wenn man in einer Zeit lebt, in der es keine Antibiotika und dergleichen gibt, um eventuelle Folgen davon dann zu bekämpfen. Also auch diese übers Land ziehenden Heiler waren nicht unbedingt aus heutiger Sicht zumindest so super gut aufgestellt immer. Aber es war auf jeden Fall offensichtlich gut genug, dass ihre Angebote genutzt wurden. Kann man jetzt natürlich ein bisschen schwierig einschätzen in einer Situation, in der es eben auch keine Alternativangebote so richtig gegeben hat. Naja, ihr merkt, das ist ein bisschen dieses umherziehenden Leute, dieses Vagabundieren, ist bei mir ein Thema, was im Kopf schon vorhanden ist, womit ich mich schon viel beschäftigt habe und was mich interessiert. Deswegen bin ich jetzt hier vielleicht etwas abgeschwiffen. Seht es mir nach. Was den Vampirismus angeht, haben wir hier natürlich einen geradezu klassischen Ablauf. Eine Person stirbt, eine Person, die einen gewissen Ruf hatte, außerhalb der Normalität zu stehen. Das kann sowas sein wie in diesem Fall vermeintliche Zauberfähigkeiten. Zauberfähigkeiten kann aber auch einfach ausgereicht haben, dass jemand sich eher am Rande der Gesellschaft bewegt hat. Bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel Abdecker, sind dafür prädestiniert gewesen. Und dann hat sich eben ergeben, dass nach diesem Tod weitere Tode eingetreten sind in dem Ort. Das würde man jetzt aus heutiger Perspektive dann wahrscheinlich einfach als Zufall ansehen. Hat dann aber eben in dieser bestimmten Konstellation vor Ort dazu geführt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Tod dieser einen besonderen Person und dann den nachfolgenden Personen gesehen worden ist. Und da kommt dann eben dieses folkloristische Wesen der Vampir ins Spiel. Es sind dann viele Leute, wie gesagt, im Nachgang gestorben. Das ist so ein typischer Teil einer solchen Geschichte. Und dann gab es eine obrigkeitliche Anordnung, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Da hätte ich die Details mich natürlich auch näher interessiert, aber haben wir natürlich auch wieder nicht. Es ist zu Aus... Ich kann gerade das Fachwort nicht aussprechen. Zu Ausgrabungen von den Verstorbenen gekommen. Ihr kennt das Wort Exuminierungen. Und man hat sie sich angeguckt und dann nach bestimmten Kriterien entschieden, wer davon ein Vampir ist und wer nicht. Und hier eins dieser Kriterien kriegen wir geliefert. Nämlich das Vorhandensein von frischem Blut. Obwohl schon jemand lange tot ist. Und das ist natürlich auch interessant. Diese Nachricht ist zweieinhalb Jahre nach dem Tod der besagten Frau gekommen. Die Leichen waren zum Teil der Untersuchung zum Zeitpunkt der Untersuchung offenbar zum Teil auch schon ein bis zwei Jahre in der Erde. Also das sind jetzt auch nicht direkt spontan Ereignisse, sage ich mal, die sich da überschlagen, sondern auch über längeren Zeitraum kann sich dann sowas entwickeln. Und von den Ausgegrabenen eine ganz stattliche Zahl, 30 haben wir glaube ich gelesen, wurde dann eben eine bestimmte Zahl aufgrund dieser Anzeichen wiederum auch als Vampir identifiziert. Und dann mit der entsprechenden Kur in Anführungsstrichen versehen, also bestimmte rituelle Maßnahmen, um dann deren Umhergehen und Unwesen treiben zu beenden. Das ist, wie gesagt, ein gar nicht untypischer Verlauf und auch deswegen habe ich die Geschichte dann mit aufgenommen. Auch wenn sie jetzt leider uns vielleicht viele spektakuläre Details verschweigt, das ist einfach in den Nachrichten dieser Zeit meistens so, zeigt sie eben doch so ein bisschen ein typisches Muster. Und insofern dachte ich, es sei vielleicht hier für die Zuhörerschaft ganz interessant, da einmal original im O-Ton sozusagen ins 18. Jahrhundert hereinzuhören, wie das Thema Vampire dann in der Öffentlichkeit eben behandelt worden ist. Ich hoffe, es war spannend für euch und ansonsten bleibt mir wie immer gewogen, ich sage Tschüss und reingehauen, bis zum nächsten Mal.